So Leute, weiter geht's mit Mario Kart 8, ah, zweite, ja, ne, seit der Aufnahme, seit der Aufnahme, ja, und jetzt läuft, wir brauchen nur Späser, ja, so jetzt war ich auch wieder das normal, eigentlich, okay, ich hab Gold, ich hab wieder die Goldreifen drauf, sind von den Werten gar nicht so schlecht gewesen, glaube ich, kannst es halt einfach, ne, hallo, hallo, also du musst auf diesen Tommigen aufpassen, ne, der mit dem Bad, das voll brutal, aufs Fonds brutal, der dass man, mehr re craften, doch, von denen setzt Facebook, will it im Brandenburg und hat schon 4500 Punkte der typ, der erst, er diagnostiziert, ja, die ganz hohen, die spielen wir ganz, so, und die tatsächlichen, da guckt es immer so, hier sind zwei.000, drei.000, 2.000 haben, Kosta ist wieder da Kosta der verfolgt uns ja jetzt ohne witzig denn das kannst du ja ne ich glaube das kannst du sogar du kannst alten Gegner mit dir folgen ja das geht ach so scheiße ich war gerade so meinen Start und ist der Jan weg ist der äh ich bin da jetzt bist du auch noch im Rennen oder äh ja oh mein Gott was tue ich ey ich war gerade so scheiße ich bin dicht hinter dir fahr ich erst mal so wie du wenn deine Rot auf mich geschmissen hast ey boah ich fahr so kacke so ich bin die Strecke so oft in Zeitfahren gefahren weil ich immer so zwei Sekunden hinter dem Gegner war Zieli Sekunden ja ohne Witte waren wirklich und so oft auf die letzte Stelle des CMs ja so immer was Realgendorf ich bin Dean en�� total es ist es ist es fängt so an ist auf Trometerbこんなerster der proportion TschThank KoblenIRE ist für robotics vor Standern und Europas die Kinderbrust er versteht die Scheiße abbekommen die Wichtern der bloß so schnell sein wenn ich den Mütze in der Welt auch Gott voll durchs Feuer so kann da ist ein Jahr zu bringen und so lebt mich ein Rotes in meinen Gesichtern von der Wucht weil ich von mir wird wird Prozent Kostik der Zeit erinnern ohne Witz der hat ohne mit trainierten ist voll das ist hinter mir Stuttgart Staub er hat er letztes sein mich hin aber mein Gott und vorstelle so scheiß um die Kurve kann ich immer haben sollen oder wird er getroffen und von mir so gesehen und es sind schon gleich dabei die vom Morgenstern getroffen ja die Domi ja auch in der Besuchung von der Bastard ist Platz 2 ist sogar eh noch, Platz 2. Oh, wer ist jetzt Platz 2, du Lötscher? Ach geil, ey. Ihr werdet es sehen müssen, erst ein rotes, dann eine Bombe, dann stoßt mich einer, dann noch einer mit Sternen. Ja, läuft bei mir. Oh mein Gott, da kommt ein Blaus. Es trifft mich nicht, es trifft mich nicht, Gott sei Dank. Ich werde euch überholt. Platz 3. Nein, doch, Platz 2, okay. Alles ist besser als das Ende vom letzten Part. Ja. Das Blaue hat mir echt Angst gehabt, ich dachte, der eine Typ wäre schon im Ziel, der hätte mich das getroffen. Weißt du, boah, meine Fresse, das hätte für mich, ich hätte den Part beendet, ich hätte, das wäre dann nur eine Strecke gewesen. Hätte ich keinen Bock mehr gehabt. Ja, so ist es halt nicht. Hätte ich irgendwas mit weniger Aggression gespielt. Ja. Was fällt dir da so ein? Äh, ja, es ist halt heiß jetzt hier, ne? Hast du dir eigentlich so ein bisschen die E3 angeguckt? Ähm, ja, es kommt ein bisschen was für Playstation, es kommt GTA 5 auf jeden Fall, ist ganz cool. Der Last of Us, äh, Topper Spiele für die, für... Ja, ich finde Last of Us total unnötig, warum wird er für Playstation 4s... Das... Ne, verstehe ich nicht. Auf Playstation 3 sah das schon extrem geil aus, als ob das auf Playstation 4s... Also, was wollen wir denn noch rausholen? Das geht um einiges, das hat eine bessere Grafikkarte, einen besseren Prozess... Ja, aber glaubst du wirklich, dass da so viel rausgeholt wird? Ich hab ein paar PS4-Spiele gesehen, also so besonders sahen jetzt auch nicht aus. Und da wird ganz halt immer nur drauf... Da wird ganz halt nur drauf gesprochen, ja, es wurde noch nicht alles rausgeholt. In der Playstation 4 ist noch viel zu gehen. Ich verstehe nicht, warum, weiße, warum holen die nicht alles raus? Ja, freu mich auch. Ja, die noch in vier Jahren sagen, können Sie ja, kommen hier, was mit der Grafikkarte klären. Ja, die Schöne, als der Last of Us, das kann jetzt als die letzten Spiele rausfühlt, für Playstation 3, das hat so eine Übertriebskarte Grafikkarte gehabt. Du sagst es. Ja, also, so gesehen, für Halo kommt, äh, Kollektivition, die vier Teile, und Halo 5 wurde angekündigt. Ja, zu beschwerenken, nicht. Ja, sie geht, so war ich gar nicht so weit. Es ist ein bisschen, äh, die Evolution, oder, Evo hieß das, das sagt, dass der Kurs der Spitze nicht viel gegen eins, das sind vier Jäger und ein Monster. Okay. Das hat so interessant aus, wobei ich habe mir eben die Videos von Nintendo angeguckt, das hat mich ja meistens interessiert. Also, das ist ja, also, ich glaube, also, ich muss auch zu Release, ja. Ja, muss, wobei es dann nicht draußen ist, nur für den drei, der sich draußen. Ja, erst, äh, höchst, äh, 3DS, äh, 3DS, äh, der Release wurde, äh, preiszugeben. Ja, ähm, 10, oder so, 10, nee. Nee, der dritte, 10, das ist ja. Dieses Jahr, ja, äh, im Winter, äh, ich glaube, ich glaube, für Wii U stand für Winter. Ja, erhält ich am Winter. Ja, was ich extrem geil fand, ist, dass du den Mi benutzen kannst, und der dann in drei Klassen, und die haben jeweils alle unterschiedlichen, also, kannst du komplett unterschiedliche Muskeln geben. Ja, drei verschiedene, einer mit Schwert, einer mit Hand, oder so. Ja, Boxer, Schwertkämpfer und Fernkämpfer. Aber die haben dann jeweils, es gibt ja diese Special Moves aufs A, und da gibt's ja dann, kannst du dir einstellen, da gibt's irgendwie dann acht unterschiedliche Angriffe. So kannst du deinen Charakter hier komplett individuell einstellen, ne? Naja, das stimmt schon. Ach, komm, fickt euch da, Alter, ich hab einen goldenen, ja. Immer, immer, wenn ich einen Stern abkommt, ein Blitz, äh, immer. Ja, ich hab drei, äh, rote, äh, ersten goldenen, ne? Ey, ich fand ich, ich hab echt von gern, warum nicht so weit hinten ist. Kann einfach nicht sein. Fass mich ja nicht an, ja. Entschuldigung. Aber erst, erst mal vor mich, erst mal vor mich. Na, wie lange bleibt das, ne? Du kannst gerne hinter mir bleiben, wenn ich erst will. Ja, du kannst gerne hinter mir bleiben, wenn ich erst will. Geh mir noch ein, Alter. Ey, der von mir hat drei Pilze, Alter, was willst du mir mit drei Pilze machen, Alter? Voll geil vorbeigeht, voll geil vorbeigeht, ihr seid alle, ihr seid alle so scheiße! Der hat auch drei Pilze, wie hat der die eingesetzt, bitte? Dass der nicht mit mir nach vorne ziehen konnte. Hab ich kein Verständnis? Ey, alle sind einfach, ich hab keinen Pilze, ich hatte so viel fest. Och, Jan, 19, das tut mir aber leid. Er hat mich alle noch in der Korbe überholt, in der letzten. Ist geil, wenn du da Pilze hast, ne? Ja. Ey, ich muss meine Statistik gegenüber wieder aufbauen, ja? Ja, ich muss meine gegen dich aufbauen, ey, du hattest grad schon wieder Glück. Ah, mal, Ali, da stand so irgendwie 20 zu 8 oder so, also da muss da einiges aufbauen. Da sprichst du. Doch, doch. Das gucken wir uns im dritten Part gleich mal an. Hä? Da guck ich mir das immer an, hier. Nachdem ich jetzt hier wieder zweimal vor dir war. Pff, glücklicher. Da hat der Tommy gerade gesagt, das ist nicht fair mit seinem Bart und seiner Glacke. Habt ihr Platz. Ja, ja. Der Eierschädel. Hurra, hurra. Ja, ja, das, und es da freut er sich. Können Sie denn den Typen mit den grauen Haaren, der hat irgendwie voll den coolen Mund. Der guckt so, hm. Ach, ja. So, ah, der Kosta ist wieder dabei, der Randy, der Jan. Ach, der Barney? Der Kosta, ey, ich sag's dir. Warum sagt der denn Kappa noch auf seinen Niggi? Ich wusste gar nicht, geht das? Ich hab's. Boah, das ist ein guter Start. Oh, so ein scheiß Start, erstmal geht'n Inter mann, dann noch. It's green gefahren, it's green. Oh, genau, noch ne Banane, läuft bei mir. Boah, das ist schön, aber ich hab auch keine mehr bekommen. Ja, wer auch schon ein bisschen? Das ist gerade in meiner Gesicht. Er hat das jetzt abgekommen. der Endeffekt wo man am Wort kommen Schäfer der Fünste ich weiß nicht einmal also ein Lieblingssitzung Prozent die 8 Bockel hier sieht sich nicht erst machen das Bummer nicht echt scheiße bei der Führung ich finde persönliche Angrätzen die Kinder von ich weiß ich weiß wo du wohnst ich konnte schon besucht Fick dich ich dachte du hast den Blitz geschickt ich weiß nicht was ich bekommen habe ich wurde vorher getroffen von die sind die Sachsen stellen doch kommt es sich sagt dass man halten diese Anwälte zu achten oder wo es wird die alle Wäcke und die alle Wäcke schön vorliefern das verärgert ist dass die Souverän Schönern hast abdrage ich wieder vorbei Spaß dir, ey. Guck mal hier, dieser Antoine, den müssen wir mal aufhalten. Der Antoine, wie heißt der, Anto? Oh, der klappt mir mal nie, Tim, ey. Passiert, passiert, dicker. Ich war so scheiße. Warum, warum, ey? Zehnter, ey, es ist vorletzter Platz, aber wie war das in der letzten Runde entscheidet sich alles, ne? Und ich kriege schon wieder nur drei Pilze, jedes Mal kriege ich hier drei Pilze, ja? Das ist beschwärtslich. Weil ich zählte, bin, da bin ich mehr als fucking drei Pilze. Was ich ganz selten bekomme, ist die Kanonkugel. Aber das ist echt selten geworden. Nein, die gefällt mir aber ganz toll. Platz 7, Platz 7, Platz 7, Platz 7. Ja, hat er mich jetzt alles gemacht? Vor Michi, yeah. Null Punkte, das ist völlig egal, aber vor Michi, um die Bilanz aufrechtzuerhalten. Dieser dreckige Jan, guck mal, wo der da vorne fährt, auf Platz 3. Michi, Michi, lass das mal aufhalten. Du bist aber ein glücklicher, du bist so ein hässlicher Glückspuss. Ich kann einen Heiken nennen, der so glücklicher wie du. Ja, doch, den hast du gar nicht kennengelernt, das ist der Typ, der nicht gekommen ist. Was? Ja, jetzt jetzt zu Besuch was da. Ich hab' nen Kumpel, das ist der große, also der so viel Glück immer. Okay. Und Glück, ich bin Sitter gewonnen, wusste das bitte Glück, ja. Das ist vor mir, ja, das war, das war, das gilt vorbeigefahren. Genau, genau. Gibt's doch nicht, ey. So ne Scheiße, aber. Das muss ich mal Gas geben, ey. Aber wie soll es gehen, man? Weil du Scheiße bist. Ah, das ist das mal. Du, scheiße, du bist, was das ist, du bist, was das ist, ich. Es ist, es ist, es ist das letzte, oder? Ne. Äh, schau, das ist die Blut, keine Ahnung. Ich bin so wütend, dass ich alles, ich bin so sauer, dass ihr alles vergessen habt. Oh, Piranha-Pflanze, geil. Das Geld, Piranha-Pflanze, aber die macht sich schneller und die Kraft einfach alles an ihr. Eigentlich ist sie nur ein schlechterer Stern. Naja, doch, weil, sie, also, von hinten, wird sie nichts ab. Wenn du einen Stern hast, dann kannst du, wie Scheiße, seid ihr eigentlich alle hier? Fick doll, wie soll ich das? Ja, keine Ahnung, wir, die Schubstumschale hier irgendwo hin. Ey, wo mache ich es echt zu scheiße, keine Ahnung, wie du damit jemanden treffen willst, wenn du nicht steckt, vor dir ist, ne? Habe ich doch schon mal zwei hintereinander getroffen. Also, wenn man ihn richtig gezielt und gekonnt einsetzt, dann ist er nicht schlecht. Ja, aber der fliegt ja nicht, der fliegt ja mit so einer Kuh in Kurve immer. Das stimmt. Ganz ehrlich, schickt man einen Blitz. Ey, ja, genau, der schubst du dich einfach weg, ey. Weil der auch einen Stern hat. Das kann nicht sein, das kann nicht sein, dass er schneller, weiß ich. Passiert, passiert. Darf nicht passieren, ist passiert, das sind Fußball, das sind Emotionen. Kennst du? Ja, ja. Das kann nicht, ach, ich habe in den Tempo gekommen, okay, also. Okay, also, chill, 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 chill. Ich habe immer noch Platz 7. Ich bin mir zu viel Pilzen schon vorneweg gefahren, ne? Jan, wie viel? Scheißmann, hast du? Schon drei oder so. Drei. Jan, Platz drei, das finde ich gut. Lass mich mal vorbei. Das, das kann nicht sein, von was wird schon getroffen. Hat dein Mordfluss mit meinen Eten, was ach so was geiles bekommen. Schau mal, ja, natürlich. Das war mein Eten, alter. Ja, das war dein Eten, was mein Arschgerätet hat. Egal, sich letztendlich mal zu langsam, was ist die letzte Runde. Hier, fress mein Tintenfisch. Ja, danke. Das Problem. Das ist mein Werbung Mario Kart. Ja, das ist schon. Von dem Mega-Lag, alter. Was war das denn? Ich habe die Tinten bekommen, deswegen. What the fuck, ey? Nein! Boah, gibt dem den Tempo, ey. Und ich verkack das fast. Krasse Scheiße. Das Kreditum bekomme ich? Doch. Das ist doch so scheiße Du bist so eine Mist geput, ich hasse dich Ah nein Ich hasse dich Du bist so ein hässlicher Lacken So hässlich Also Es gibt nichts besseres, also es ist mir egal welche Platz ich bin, aber wenn sowas passiert ist Einfach nur geil Seht ihr wieviel Glück der hat der Spaß, seht ihr es Wir wurden beide vor dem Blitz, ich habe keinen Pilz geklaut, bist du ja doof Ich bin ja ganz normal vorbei gefahren Ich habe vielleicht eine bessere Beschleunigung gehabt als du Oder mit Münzen Du hattest einfach nur so Glück Der Junge, ey Gott der kotzt mich so Jan ist immer souverän vorne Weil er sich einfach nirgendwo einmischt Ja genau, ich werde immer souverän vor dir, weil du einfach scheiße bist Weil du einfach Glück hast, du bist so ein glücklicher Lacken Was glaubst du, wenn du da vorne bist Trotzdem, du warst hinter mir Ich war direkt hinter dir Direkt und direkt, alles scheißegal, du warst hinter mir Ja, aber ich bin vorbeigegangen So geht es kein Ausreden Ja, so möchte ich mich immer vor dir, fertig Du warst scheiße, da kann ich doch nichts für So, jetzt konzentrier mich nur auf das Rennen, nicht auf dich oder nicht Damit du endlich mal vor mir bist Komm, du bist wieder vor mir, weißt aber, das ist Wie gesagt, was ist anfangen, dass du ganz Letzte Runde weiß, dass du dich dann dir vorbei und dann kriegst du es mir schön auf Das ist ja nicht offen, dass das mein Plan eigentlich ist Du bist eigentlich nicht am besten Er lacht dich immer aus Nicht ich Ja, weil den Janz sich immer ein Puppen, ne Schaut ihn an, wie, wie, wie er einfach Pizze bekommt, doch nicht ne scheiße Banane Ich war auch hinter dir natürlich, die Galerie-Tails als du Ach du Scheiße Hast du getroffen? Ja, das ist ein toll, ein rotes Astristische Klinik, das ist nicht geil Das ist aber irgendwie runtergeflogen, von Scheiße Warst du hinter mir? Nein Ah, ja, ja, ja Das war tu, weil ich nicht erst geworfen habe Nein Mich hat's getroffen Jan, du bist so ein Arschloch Ja, guck, weil es unterstützt den Grab noch, jetzt macht er dich erst mal fertig, ja Hast du noch mal... Alle machen mich fertig, Jan, Randy, alle, alle Obwohl wir das hier anstattlich zusammenarbeiten im Tag-Team irgendwie Nein 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 Ja, was... Was... Jan... Ich fahr jetzt mal in die Kiste, boah, ich war so scheiße, ey Das ist auch fast beide an mir vorbei, aber wisst ihr was, das war geplant Das war geplant, Leute Ich hab dich nicht angekippt, oder so Ich denke immer positiv Zuschauer, das war geplant, ohne Witz Oh mein Gott, der hat drei Rote Oh mein Gott, der hat drei Rote Und ich fahr eigentlich den Scheiß... Nein Das... Ich... Ich bin die ganze Zeit so gut gefallen, jetzt bin ich Zehnter in der Letzte und das kann nicht wahr sein, ey Juhu, Jan Warte, warte Warte Ich lieb dich, Jan, ey, ich liebe euch alle Jetzt sitzt du dir da vorne bestimmt zusammenarbeiten, ey, ihr Pussys, ey Wir müssen was für eine Unterhaltung tun Was? Ja, genau Nein Oh, da... Ich hab... Ich hab einen Stern von der Acht eingesammelt Das ist irgendwas explodiert Nein, oh göttlich Und schon wieder vor mich Ja, haha Scheiße Oh nein Bitte guck dich das an glücklich, ey Oh ja Oh fuck Oh Okay, das war's für diesen Part Scheiße Oh, ich kann nicht mehr Oh In jeder Runde, wo ich in der letzten Kurve Geuer Gott, geil Leute, geil Wir sehen uns im nächsten Part Bis dahin und ciao Oh